Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin, die Initiative und der Kanal hier. Und wie ihr wisst, unterhalte ich mich auf dem Kanal sehr gerne mit sehr sympathischen Menschen, die irgendwas mit Kunst erschaffen zu tun haben. Und das tun meine Gäste heute auch. Die liebe Alina und der liebe Ina. Seid gegrüßt! Hallo! Ja, schön. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen und wir haben jetzt heute noch mal das Vergnügen. Ich möchte erst mal von euch noch mal wissen, wie hat das angefangen? Und warum, weshalb, wieso habt ihr das Schreiben als Ausdruck gewählt? Was ist passiert? Oder welche Auslöser waren es? Wir fangen mit der Dame an, liebe Alina. Also ich weiß nicht mehr, was ich damals in unserem Einzelgespräch gesagt habe, aber soweit ich zurückdenken kann, konnte ich immer schon besser schreiben als reden. Also ich glaube, das ist einfach so natürlich gewachsen. Also ja, schon im Kindergarten. Okay. Ja, Ina, wie war das bei dir? Ja, Lesen war immer schon eines der größten Hobbys. Und irgendwann mal per, er hat in dem Herd immer so ein bisschen was geschrieben, als Kind schon, aber das war so aus Jux und Tollerei. Und dann irgendwann mal gedacht, eigentlich, so gerade in der Lyrik, wo ich mich da reingesteigert habe, und irgendwann wurde es dann so zum, ich möchte nicht Selbstläufer sagen, aber man hat es so reingefunden. Ja, schön. Wir kennen uns ja jetzt dadurch, dass ihr selber schreibt, aber wir kennen uns auch dadurch, dass ihr auch ein Medium habt, ich nenne es mal so, das heißt 16 Seiten und hinter den 16 kommt auch noch mehr. Meine erste Frage ist, die 16, ist das eine mythologische Zahl in dem Sinne, oder wie kam es zur 16? Na, die 16 Götter der Lyrik? Nein. Tatsächlich, also das Ganze basiert eigentlich auf dem Verein Kein Verlag e.V., der gegründet worden ist aus dem Forum Kein Verlag von Mitgliedern. Und damals wurden dann, haben sich einige Mitglieder Gedanken gemacht und überlegt, es wäre doch eigentlich schön, eine Forumszeitschrift zu haben. Und die dann halt vielleicht auch ausgeweitet werden kann. Es wurde auch gedruckt am Anfang und es waren halt 16 Seiten. Deswegen hieß die dann 16 Seiten. Okay. Die war aber nicht so ganz langlebig und irgendwann haben wir de facto dann vor ein paar Jahren entschieden, das wieder aufleben zu lassen, dann erst mal halt in digitaler Form mit dem Gedanken, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal die Möglichkeit, doch wieder Printmedium daraus zu machen. Aber das haben wir jetzt schon länger nicht thematisiert, von daher. Okay. Also die 16 ist ein Zufall, sage ich mal so, weil damals 16 Seiten draus kamen. Und deswegen heißt sie so, liebe Alina. Und deswegen habt ihr das rein markentechnisch auch so gelassen. Aber was oder wen veröffentlicht ihr denn da? Oder wer darf denn da veröffentlichen? Was muss man tun, um da auch nicht veröffentlichen zu dürfen? Ja, also im Prinzip jeder. Das ist vollkommen unabhängig vom Genre, vom Talent, von der Mitgliedschaft bei uns im Verein. Also wer irgendwas zu sagen hat, zu schreiben oder auch Musik macht oder Kunst oder sonst was, der kann sich bei uns melden und kriegt dann da eben seine kleine Bühne. Der darf aber auch schon einen Verlag haben, weil der Verein ist ja glaube ich ein Verlag e.V. Und das war aber damals so ein bisschen die Idee, auch solche Menschen mitzunehmen, die bis jetzt noch keinen gefunden haben? Oder war das einfach nur ein Spaß? Also der Verein selbst ist ja aus dem Forum erwachsen, aus dem Literaturforum. Das ist der Jan Zenka, man hat ja das gegründet Anfang der 2000, war glaube ich schon ziemlich alt das Forum. 2004 meine ich, ja, 2003. Ja, ich glaube der Verein ist von 2005. Ich glaube der Verein kam ein Jahr später oder so, ja, irgend sowas. Ja, genau. Und das war damals die Idee hinter dem Forum, war soweit ich weiß, eben genau da Leute zu versammeln, die einfach für sich schreiben, die eben eine Gemeinschaft zum Schreiben, zum Austausch über Texte und so suchen. Und dementsprechend heißt der Verein einfach genauso. Aber lustigerweise verwechseln es sehr viele Leute mit einem Verlag. Also gerade der Webmaster, der bekommt glaube ich sehr, sehr viele Zuschriften und E-Mails, die ihn dann doch bitten, Texte zu veröffentlichen. Weiß ich nicht was. Aber nein, also bei uns kann sich jeder melden. Und wenn jemand schon einen Verlag hat, ist es natürlich eine Frage der Rechte, was wir dann veröffentlichen dürfen. Aber das wissen die Leute dann schon selber. Und es ist ein klassischer Verlag, sage ich mal so, der mit Literatur und Kunst, glaube ich, auch zu tun hat. Und jeder kann auch da Mitglied werden. Oder habt ihr nicht so klassische Mitgliedschaften? Doch. Nee, also wir sind ja kein Verlag. Also ein Verein sind wir eigentlich. Also der Name basiert wirklich nur aufgrund, auf dem Forum. Das hat, also wir sind kein Verlag in dem Sinne. Wir haben zwar Anthologien oder der Verein hat Anthologien veröffentlicht im Laufe der Jahre. Aber halt alles in Eigenregie. Also wir haben da jetzt keine eigenen Brokerpressen oder was ich was. Also das ist dann eher auch wieder aus dem Interesse heraus alles entstanden. Also wir sind einfach ein Verein, der versucht halt gerade unbekannten Künstlern, jungen Künstlern im Idealfall auch, also gerade am Anfang sind, an die Bühne zu geben. Das sind jetzt die 16 Seiten und wir hatten ja auch bis das unsägliche Corona-Zeit, hatten wir auch jedes Jahr unser Zusammenkunst-Festival, wo wir dann quasi Autoren mit anderen Künstlern, also sei es jetzt Musik, bildende Kunst, Fotografie zusammengebracht haben, die dann Zusammenwerke generiert haben, die dann auf der Bühne präsentiert haben. Das war mal so ein großes, großer Abend. Und gar nicht Verein. Jeder konnte da sozusagen auch mitmachen und habt ihr irgendwie so eine, bei eurer Auswahl, wer was einsenden darf, habt ihr da mehr Lyrik oder mehr Kurzgeschichten oder Essays oder ist das völlig egal, jeder darf gerne was für die 16 Seiten zum Beispiel einfach einschicken oder habt ihr auch Themen? Also grundsätzlich darf jeder themenunabhängig, ich glaube, ich würde mal sagen, wir haben mehr Lyrik, oder? Im Großen und Ganzen ja, wobei die letzten Beiträge waren doch eher mehr Prosa tatsächlich. Also was noch so ein bisschen hintendran hängt, ist Bildende Kunst. Da haben wir nicht so viel und Musik haben wir, glaube ich, erst ein oder zwei Beiträge tatsächlich in den ganzen Jahren bisher, also gerne mehr. Was aber auch viel so Crossover-Geschichten sind, also viel sind das dann Leute, die eben auch literarisch zu Gange sind. Also bin mir auch nicht sicher, ob Leute, die jetzt wirklich nur in der Musik unterwegs sind, uns da auch finden würden, gezielt. Wahrscheinlich werden wir nicht die primäre Anlaufstelle, nein, aber schön fälligst Roste. Ja, was ich persönlich auch sehr mag bei euch sind diese Worte der Woche, Worte des Monats, weil ich mich auch sehr gerne mit Worten aus verschiedenen Sichtwinkeln und Blickwinkeln, sage ich mal so, beschäftige. Also was sie bewirken, die Urbedeutung der Wörter, die Manipulation der Wörter, die eigene Energie der Worte und so. Auch aus diesen Bereichen schaue ich mir gerne Worte an. Und deswegen finde ich das sehr schön, wie kamt ihr auf die Idee und beobachtet ihr selber, wie die Wörter oder macht man da, kann ja jeder mitmachen. Ihr wählt immer Worte der Woche oder Worte auch des Monats. Ja, also... Wie kamen wir auf die Idee, ja? Also die Ursprungsidee war tatsächlich bei unseren Sitzungen, die wir hatten, Redaktionssitzungen oder Vereinssitzungen vom Vorstand. Haben wir irgendwann mal angefangen, ich weiß gar nicht mehr, wer genau angefangen hat, einfach ein Wort in den Raum zu werfen. Was bedeutet das? Ratet mal. Ich glaube, da reden dann was. Ich glaube, ich meine, das war der Redaktionssitzungen. Und irgendwie ist das dann halt auch, dann kam die Idee, das könnte man doch eigentlich zu einer festen Rubrik machen und dann immer einmal die Woche halt Wort der Woche und dann abstimmen lassen zum Wort des Monats. Mehr als Jux und Tollerei, die Abstimmung, weil, naja, es gibt nichts zu gewinnen in dem Sinne, außer, dass man recht hat, wenn das eigene Wort gewählt wird mit den meisten Stimmen. Und irgendwie, ja, das war immer so, wenn wir halt in unserer Sitzung hatten, wurde dann ein bisschen gesammelt oder jeder hat dann mal abwechselnd. Und mittlerweile suchen wir halt einfach, wird halt recherchiert. Und ja, weil das ist doch ein bisschen Arbeit dann für 52 Wörter. Es hört sich nicht so an, nur 52 Wörter nach dem Motto zu finden. Pi mal Daumen, weil man kann sich auch mal überschneiden oder es fällt mal was weg. Aber es ist doch ein bisschen Arbeit. Und wir sind jetzt im dritten Jahr. Oder im vierten Jahr, weiß ich gar nicht. Ich glaube, im dritten Jahr. Und ja, es ist schon ein bisschen Recherche erforderlich, weil, klar, manchmal fällt einem was in den Schoß. Manchmal muss man wirklich suchen, so, dass man halt so ein bisschen Fundus hat. Weil, ja. Auf jeden Fall sind sehr viele interessante Worte dabei. Und es ist sehr spannend. Und man kann die auch immer noch nachverfolgen. Wenn man auf eure Seite geht, kann man einfach ein bisschen scrollen. Und dann kann man immer noch die ganzen Worte auch wiederfinden. Jetzt habt ihr euch gedacht, ihr schreibt nicht nur sehr gerne oder schreibt nicht nur über Sachen so gerne. Ihr sprecht auch sehr gerne. Und da habt ihr die 16 benutzt wieder. Und habt auch 16 Minuten draus gemacht. Und das ist euer Format im Video, im Film. Und wie kam das da zustande? Hattet ihr einfach mal Lust zu erzählen? Oder was war da der Hintergrund? Corona-Langeweile. Also, nein, das war wirklich. Es ist, ich glaube, Anfang, also diese Corona-Zeit, in der ja viele von diesen Blogs, Podcasts und so entstanden sind. Ich glaube, zu der Zeit haben wir damit angefangen, als dann die Zusammenkunst auch nicht mehr stattfinden konnte. Und wir dann auch gesagt haben, okay, wir müssen auch dem Finanzamt zeigen, dass wir vom Verein was machen. Ja, nee, also ich glaube, die Idee dafür hatten wir ja sogar schon vor Corona. Aber da war das halt so dieser, ich möchte nicht sagen glücklicher Zufall. Naja, wir hätten darauf verzichten können. Aber dann war das halt so der Punkt, okay, jetzt dann sowieso. Weil wenn nicht jetzt, wann dann? Wir hatten schon vorbereitet, alles Mögliche. Also schon irgendwie unser YouTube-Account generiert und ein bisschen Ideen gesammelt. Und dann war halt tatsächlich, okay, jetzt ist Lockdown und alles klar. Dann legen wir jetzt einfach mal los. Und ja, dann ist das... Und das macht ihr auch schön weiter. Das finde ich auch sehr positiv. Und wie sucht ihr euch da die Ideen? Oder fallen die euch einfach zufällig zu? Und der eine sagt auch, komm, lass uns mal hier darüber sprechen. Im letzten habt ihr, glaube ich, das ist sehr interessant, über Schreibkursbücher oder Ähnliches. Habt ihr gesprochen? Das ist ja auch Recherchearbeit, ne? Ich glaube, das war schon die drittletzte Folge, ne? Oder so, ja. Die letzte kam erst letzte Woche raus, ganz, ganz frisch. Also vorher, genau. Ja, wir haben so eine... Wir sammeln einfach Themen, schmeißen die alle in die Excel-Tabelle und dann wird überlegt, wer ist denn, wer wären wir da dran? Wir versuchen uns abzuwechseln, dass das ein bisschen... Dass nicht immer derselbe, dieselbe Person permanent redet. oder sich hört, das ist einfach die Arbeitszeilung so ein bisschen und derjenige sucht sich dann einfach ein Thema aus, was wir schon gesagt haben, vielleicht fällt auch was Neues ein, dann wird das halt irgendwie in den Raum geworfen und dann wird halt dazu einfach eine Folge vorbereitet mit Moderation und Fragen. Und ja, da muss man was lesen. Und im Zweifel vorher eben noch die Bücher lesen. Ja, das ist halt... Das ist ganz gut, ja. Es hilft. Zumindest den Klappentext, damit man ein bisschen weiß, Das wäre das absolute Minimum, ja. 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 Mit dem Schreibkurs etc. Wollt ihr da auch ein bisschen mehr machen so, dass man halt auch euren Verein dann sozusagen, wenn man Hilfe braucht, auch ist das auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass man so ein bisschen, sag ich mal, Dienstleistung oder so anbietet, dass man auch ein bisschen, ja, da ein bisschen, ja, vielleicht mal was lernen kann, Kurse macht oder ähnlich. Ist das da der Hintergedanke oder war das jetzt einmalig nur mit dem Schreibkurs? Ja, also wir wollen auf jeden Fall schon verschiedene Rubriken in dem Podcast auch unterbringen. Am Anfang haben wir halt sehr viel eben über unterschiedliche Themenbereiche gesprochen und wirklich nur rezensiert und solche Sachen gemacht. Aber wir wollen schon auch wirklich diese Rubrik Wir Schreiben, so heißt die, glaube ich, das haben wir so genannt, Wir Schreiben, Wir Schreiben lesen, die wollen wir schon auch ein bisschen ausweiten und dann wirklich auch noch so ein bisschen auf Schreibtechniken eingehen und alles. Wir hatten auch schon mal überlegt, im Verein so eine Art Mentorenprogramm einzuführen, also quasi ältere, schreibende Coaching, jüngere, aber da war jetzt der Zulauf in das Interesse nicht so wahnsinnig groß und ja, dann haben wir uns gedacht, dann machen wir doch irgendwas in der Richtung eben über unseren Podcast. In nicht ganz so knackigen, nicht 16 Minuten. Ja, aber kann ja noch kommen, also der Markt, sage ich mal so, von Interessenten, um sich da weiterzubilden, der ist natürlich schon groß. Ja, das ist auf jeden Fall, aber das Angebot ist auch recht groß. Also es gibt ja durchaus recht viele Coaching-Formate da mittlerweile, auch im Video bereit. Ja, stimmt. Ja, da muss man so ein bisschen seine Nische, sage ich mal, finden oder so und dann wird das auf jeden Fall auch. Ja, 16 Minuten. Was gibt es denn noch von 16? Habe ich alles durchgehabt mit 16 oder war noch was? Mit 16? Ja, ja, genau. Bei den 16 Minuten war ja auch der eigentliche Gedanke, wir nennen es einfach 16 Minuten A, um die Parallele, die Ähnlichkeit zu den 16 Seiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig bei der ursprünglichen Gedanke, machen wir das doch einfach auch 16 Minuten lang. Das hat doch nicht einmal funktioniert, ganz im Gegenteil. Doch, bei der allerersten Folge, als wir es nur vorgestellt haben, da waren wir sogar noch Ja, gut, die geht so nach 8 Minuten oder so, aber die zähle ich jetzt nicht als Folge. Und die Outtick-Folge, da habe ich mir Mühe gegeben beim Schneiden, dass wir auf 16 Minuten kommen. Das war auch kein bisschen Arbeit, ansonsten war es immer mindestens 10 Minuten drüber, wenn ich halt da eine Stunde. Ich glaube, die Interview-Folge, die geht glaube ich auch eine Stunde 20 mit den beiden Preisträgern. Also, ja, es gibt halt viel zu erzählen, viel zu reden und wir schneiden ja schon die Hälfte weg. Echt? Ja. Wir schneiden hier nie. Naja, also bei uns ist es echt die Ausschweifung, Ausschweifung und dann wird die Abzweigung genommen und irgendwie über Umwege und finden wir wieder zurück und dann ist das immer, also ja, also das Schneiden ist auch immer eine langwierige Geschichte, weil am Ende hat man dann 50 Minuten, aber man hat halt eine Stunde rausgeschnitten, das heißt, man hat zwei Stunden Material gesichtet. Also, das ist ein bisschen zeitaufwendig. Das, was du zum Beispiel so schön machst hier in deinen Interviews, ich glaube, du hast das richtig schön vorbereitet und ich meine, das hat bei uns in unserer einzigen Interview-Folge, die wir bis jetzt hatten, auch ganz gut geklappt, weil wir da wirklich auch die einzelnen Fragen vorbereitet und aufgeschrieben hatten, aber in unseren normalen Folgen machen wir es eigentlich eher so, dass wir so eine Art roten Faden haben und dann lassen wir die anderen dann erstmal erzählen und dadurch ufert es dann so ein bisschen aus. Ja, bei mir ist es so, dass ich auch so, sag ich mal, ich habe ein paar Fragen immer vorbereitet, natürlich, weil ich auch recherchiere über die Person, aber im Gespräch ergibt sich dann auch noch, dass der Rest eigentlich oder die Hälfte fast ergibt sich meistens dann aus dem Gespräch heraus auch. Das ist ja auch immer ganz spannend. Der Verein, ihr seid so ein bisschen die Gesichter von dem Ganzen, von dem Verein. Ich glaube, ich hatte noch einen netten jungen Mann in Erinnerung, der auch immer dabei war. Das dürfte der Jan sein, der im Moment ein bisschen zu sehr im Arbeitsmodus ist. Ah, okay. Aber ihr drei seid ihr... Hoffentlich demnächst wieder dabei ist. Ja, okay. Seid ihr die, ihr seid die beiden die Gesichter von 16 Minuten und Co. und von den Videos oder vom Verein als solches? Ich würde ja fast dazu tendieren, vom Verein als solches. Einfach aufgrund der Tatsache, Alina ist die Kassenwartin und ich bin der Vorsitzende vom Verein. Also von daher... Aber man braucht ja sieben, oder? Bei Vereinen braucht man doch sieben Leute, oder? War das nicht so? Das kommt immer darauf an. Also man muss den Geschäftsführenden Vorstand besetzt haben. Das haben wir. Der Jan und der Renan, der auch schon mal bei einer Folge dabei war, die sind auch im Vorstand. Für die Gründung braucht man sieben Leute. Also wir haben auch mehr. Ah, ja, okay. Ja, ja, das ist alles so. Ja, ja, also ich formuliere es mal so, momentan machen wir zwei quasi den Hauptteil der Arbeit oder halt der Vereinsarbeit einfach aus. Wollt ihr denn wieder dorthin kommen? Corolla ist ja vorbei. Wollt ihr wieder dahin kommen, dass ihr auch diese Veranstaltungen wieder macht? An und für sich gerne. Die Problematik ist halt eher das Finden einer passenden Location, weil da, wo wir es davor gemacht haben, geht es halt jetzt nicht mehr aus diversen Gründen. Und das ist halt nicht so einfach. Zumal wir als Verein, also wir sind deutschlandweiter Verein, das heißt, wir sind komplett verstreut in der ganzen Republik. Deswegen ist das so ein bisschen, das erschwert die Sache so ein bisschen, wenn man halt niemanden hat oder nicht zwei, drei Leute an einem Platz hat, die das quasi die Grundlage schaffen können oder halt die Verbindung haben oder Leute kennen. Das ist schwierig, weil so oder so die Hälfte der Gäste, die reist halt aus, ich weiß woher an. Also eine Autorin, die wir regelmäßig hatten, die ist aus Norwegen angeflogen. Extra jedes Mal für die Zusammenkunst, weil sie dann ausgewandert ist. Aber die kamen dann trotzdem jedes Jahr, weil sie das so toll fand. Also ja, aber irgendwann vielleicht, wir haben da so ein paar Ideen irgendwie eventuell. Mal schauen. Oder aber auch mal in Kooperationen mit anderen, könnte man das ja auch machen. Das ist auch eine der Ideen sozusagen. Das ist auch eine der Ideen, die wir haben, der Möglichkeiten. Also wir haben schon unsere Fühler ausgestreckt, so ein bisschen, aber das müssen wir jetzt einfach ein bisschen, also wir wollen es nicht übers Knie brechen. Also wenn dann richtig organisiert und dann durchdacht, geplant und jetzt nicht auf Ad-Hoc-Entscheidungen treffen oder wir machen das jetzt einfach dieses Jahr und irgendwo notdürftig in einer zusammengeschusterten Laube dann irgendwie dieses, das muss nicht sein. Genau, da hängt ja schon ein bisschen mehr Arbeit dahinter mit Technik, Ausnahme, Ton und was weiß ich was alles. Also genau. Aber wir haben es in den Raum geschmissen, ein paar Zuhörer waren dabei und schauen wir mal, was passiert. Euer beider Hauptaugenmerk ist ja sowieso, glaube ich, eher die Literatur, wenn mich nicht alles täuscht bei beiden. Ihr seid eher die Schreiberlinge statt Maler oder Illustratoren oder ähnliches. Ja. Das schon. Ja? Okay. Ich denke gerade so an mein künstlerisches, gestalterisches Talent. Das ist super. Das ist nicht existent. Ich glaube, wenn, dann wären wir eher im Bereich Musik unterwegs. Musik, ah, ah. Würde aber auch noch passen irgendwie. 16 Minutes. Ja, also Musik auf jeden Fall. Ich hätte einen Jim Steinman-Track. Also gezeichnet, gemalt habe ich schon lange nicht mehr. Von daher, das weiß ich nicht, ob ich da irgendwas aufs Blatt kriegen würde. Aber Musik wäre wahrscheinlich das, was am nächsten noch dran wäre. Ja, tatsächlich. Also da, ja. Was ist denn mit dem Verein und mit dem, was ihr macht gerade aktuell? Und wo darf denn die Reise noch hingehen? Was habt ihr denn noch vor damit? Erst mal die Alina mal wieder zu Wort kommen. Ja, also den Verein, da müssen wir ganz ehrlich sein, da hapert es im Moment an sehr vielen organisatorischen Geschichten. Vor allem eben auch am Mitgliederschwund, an der Zuverlässigkeit und weiß der Kuckuck nicht alles. Deswegen, da müssen wir wirklich schauen, wo es hingeht. Aber wir betreiben unsere Projekte, die 16 Seiten und die 16 Minuten, eben auch unabhängig vom Verein. Das haben wir auch definitiv gesagt. Das ist jetzt, der Verein hat es zwar mal irgendwann übernommen, aber im Endeffekt sind, wir es dies machen und wenn da niemand sein sollte, der es auf Dauer, der es halt übernehmen will oder was auch immer, dann machen wir das definitiv weiter, ob mit Verein oder nicht. Und ja, gerade im Moment wirklich der Fokus zumindest da schon darauf, wirklich auch die 16 Seiten und die 16 Minuten weiterzuentwickeln. Also wir haben im Moment, glaube ich, bei den 16 Seiten, sagst du, Inak, einen ziemlichen Zulauf an Leuten, die sich wirklich auch melden. Ja, also tatsächlich irgendwie seit Monaten gefühlt, also jede Woche ein, zwei Leute irgendwie, die sich mal melden, sich mal informieren, fragen. Also jetzt für Samstag haben wir jetzt wieder eine neue Künstlerin. Also für uns gerade, habe ich quasi ein Ding vorbereitet, die Vorstellung, nächste Woche kommt dann der erste Beitrag von ihr und so geht das, also es ist jetzt so ein bisschen, also es läuft gut bei den 16 Seiten, einfach der Zulauf ist da, Interesse, auch Autoren, Autorinnen, die davor schon was geschickt haben, schicken dann mal wieder Texte oder fragen, ob sie wieder was senden dürfen. Also das ist, das ist ganz gut. Also gerne, ich würde auch gerne mehr machen in der Richtung für die 16 Seiten, aber da fehlt dann einfach so ein bisschen die Zeit, weil der Alltag ist halt auch noch da. Ja, klar, logisch. Aber wir dürfen hier ganz offiziell einfach Menschen, die sich für Kunst, Kultur, Literatur interessieren, einfach einladen, mal auf eure Seite zu gehen, auch mit euch gerne im E-Mail-Kontakt oder persönlich auch ein bisschen zu sprechen und einfach zu schauen, was machen die denn und wenn es sympathisch ist, dürfen die sich da auch sehr gerne engagieren im Verein, ne? Definitiv, also ja, sowohl für die 16 Seiten, also wir wollen auch demnächst gerne mehr Leute ins Interview auch bei den 16 Minuten bekommen, auf jeden Fall. Da ist halt so, wir machen ungefähr eine Folge im Monat, weil man natürlich auch immer gucken muss, irgendwie so ein bisschen, wie organisiert man die Termine und alles jetzt im Moment, wenn du zu zweit, das geht noch, als wir zu dritt waren, war es noch schwieriger, das dann eben halt auch zu timen, aber da wollen wir auf jeden Fall auch noch mehr interessante Leute demnächst auf uns Gespräch bekommen und so und das ist, genau, also Lust haben wir ein bisschen über sich und sein Schreiben zu quatschen. Ja, vor allem wenn wir halt auch so Themen haben, wo wir wissen, die Person kennt sich da auch aus, Fachkraft dafür irgendwie, dass man da vielleicht was schaffen, da jemanden wieder mit ins Boot zu holen für die Folge, weil dann hat man halt auch wirklich fundierte Kenntnisse zu einem Thema, wo man selbst vielleicht halt nicht so bewandert ist, was einen aber durchaus interessiert, also von daher, das da, also wir haben schon, also Themen haben wir noch einige in der Liste, also da wird uns so schnell nicht langweilig, wir werden uns die Folgen nicht ausgehen, genau, also die 16 Seiten, 16 Minuten, die laufen auf jeden Fall, die werden weiterlaufen. Sehr schön, sehr spannend. Ich hoffe, wir haben den ein oder anderen damit ein bisschen aufgewühlt, dass er Kontakt mit euch aufnimmt, ich bin ja ein sehr fleißiger Leser und Hörer und ich glaube, wir sehen uns und hören uns auch demnächst in Kürze auch wieder einzeln gerne mal wieder und vielleicht ergibt sich ja irgendwas auch, dass man irgendwas mal zusammen machen kann und dann multipliziert sich vielleicht das ein oder andere auch. Ihr Lieben, sehr, sehr interessant, wir verlinken alle eure Seiten, alles mit 16, was es gibt und wir wünschen uns ganz viel Feedback. Danke euch fürs Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit und sehr gerne alles verlinken. Wir freuen uns über jeglichen Kontakt, über jegliche Autoren, Autorinnen, Künstler, die sich melden. Kann man nie genug davon haben. Also, alles Gute. das Ruby, du ostrich Lat' Vielen Dank.